Boah, guck mal wie glücklich die Kinder da auf dem Bild sind. Guck mal. Ich hab grad krasse Kletterskills gemacht, ich seh's nicht. Today, tomorrow, titan. Aber wollen wir eigentlich hin? Machen wir nochmal das mit Residential? Guck mal machen, ja. Wobei ich eigentlich so den Norden ein bisschen cooler finde. Also zum Looten, aber wir können da gerne hin. Ja, also die Gebäude da oben find ich ein bisschen nicer zu looten. Da muss man 1000 Treppen hochgehen, bis man da endlich mal irgendwo ein bisschen loot findet. Das nervt mich. Oh, ich tue mir leid. Ja, alles gut. Hier ist eher mit Arbeit verbunden als mit Vergnügen, weißt du. Aber wir sind jetzt ungestört auf unseren Block hier. Das ist unser Block. Ja, hinter der Autobahnbrücke direkt der Block da ist. Da ist was. Da ist was. Ich will ich gar keinen Notsack. Wie deine VLS ist jetzt? Ich weiß aber, wenn ich... Wenn ich weniger Loot dabei habe. Ja. Ein Barrier. Ja. Pack mal hier mit Power mit ein. Da springt der Service gegen... Gegen den Skill. Scheiße, das war der Ausgang. Nice. Ecken Sack. Gut, der Sniper hat grad nicht so gut funktioniert. Das lassen wir dann doch mal sein. Ah, mit dem Laseraufsatz, den wollte ich doch gar nicht. Hier ist der Gret. Ha! Wie sieht denn das seine? Oh, der ist geil. Nice. Ich hätte noch einen 3-Scope für dich. Ne, ich lass doch mal Schalt. Behalte jetzt für die Voraussetzung. Was? Okay. Vom Werbestatt mal weg. Das ist meine MP5. Oh, wir müssen jetzt mal. Wir müssen jetzt mal auf diese Seite machen. säcke für die hofften säcke finden ist echt schlimm hier endlich musste schon mal aufregen gehört dazu kommt direkt komplett ausgerüstet das schlaufe zu achten während die tippen hochgehe das passiert ich dachte gerade kurz auf der freck der motor ab ach nein es ist der 2 das ist verrückt kann der wagen mal woanders hinfahren der geht mir langsam ein bisschen aufs ei ich glaube der will uns das ist ein bisschen aufträglich das ist echt aufträglich das ist 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 Warte, kommst. Boah, was ist denn hier für ein... ...Energy-Paradies? Alter! Ich hab aber genügend. Kanada hätte ich gerne, muss ich sagen. Willst du eine Molly? Molly? Ja, ich hab noch eine Molly auf der Tasche und jetzt hab ich eine Splitter. Das geht ja gar nicht, warum ist das Teil hier... Geh weg. Ach, du weißt, was ich jetzt machen muss. Ja, hier ist ein Energy-Paradies. Oh, Messia. Du können uns stehen, blockiert. Das ist scheiß, ne? Das ist echt ein Fick. Dann hat man schon mal so einen geilen Ausblick und dann sieht man keine Sau. Besser. Ach, naja, ist gut. Ich hab nichts gesehen. ... ... ... Ah, wie verrückt! Hast du nen Fallschirm? Nee. Auf dem Dach ist da nicht, aber noch einer vom anderen. Ja. Ja, ich will aber eigentlich nichts wegwerfen, um den Fallschirm aufzunehmen. Was hast du denn vor? Falls wir hier runter müssen. So. Ah, ich lauf dann halt die Treppen. Ach so, hier. So gucken könnte ich verstehen. ... 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 zugeben. Boah, das war ja geile Trick eigentlich. Okay, der eine Typ hat es. Kommst du jetzt von mir? Theoretisch könnte da jetzt wieder ein Zweierteam sein, da auf der rechten Seite. Das war nämlich ein neuer, der da jetzt gerade Kitz gemacht hat. Der hat beide Einzelne geholt. Boah, wir können auf die Autobahn, Raph. Boah, ich bin nicht mehr lange in der Zone. Ja, war auch noch ein Scherz. Die Zeit muss sein. Hm. Das wird ein krasser Häuserkampf. Ich würde sagen, wir bewegen uns durch die Häuser. Ah, das war glaube ich das Gebäude, wo es keine Treppe gab, ne? Mhm. Gibt's da unten. Mensch, ich guck mal kurz, ob das hier eine letzte Zone ist, ja. Theoretisch könnten... Durch die Tür wird wahrscheinlich gleich nichts mehr kommen, aber durch die hier könnte natürlich noch was kommen. Ja, links kommt was. Was? Wo ist... Weite Schritte höre ich nicht, also ich höre nur dich. Ich glaub, der hat sich voll erschrocken, als der hier rein ist. Bild die Tür ging auf. Das war ich. Tschüss. Was? So bekommt's. Von mir rein. Die werden mich wahrscheinlich safe gesehen haben. Hier vorne auf 55 sein, am roten Container. Nein, was hast du überhaupt? Hast du dich grad selbst vernichtet? Hast du das selbst jetzt, Raph, der dich da gedowned hat? Äh, ich weiß es nicht. Ich hab die Blend voll abbekommen. Achso, okay. Oh, 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 oh. Was ist... .... Das ist... Der einzelne ist tot. Oh fuck, nein, traf, traf, traf! Oh, scheiße, ich hatte so wenig Leben. Das will ich dann blockieren. Alles cool, passiert. War ein bisschen unglücklich jetzt. Oh, scheiße, so stressig. Das war grad echt ein bisschen stressig. Ganz stressig, ich bin stein. Heilen? Nein, doch nicht heilen. Nachladen? Nein, wechseln. Nein, heilen. Scheiße, ich hab den Kopf abgelehnt. Oh nein, Sprennen. Aber war witzig. Junge, Junge. Gut, dann mache ich mich vom Acker. Sieh. Hat Spaß gemacht. Morgen Abend dann vielleicht wieder. Vielleicht auch Among Us dann. Können wir ja mal schauen. Sieh. Und dann ansonsten, äh... Spätestens Sonntag, ne? Sieh. Dann viel Spaß. Jo, danke. Tschüss. 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 Tschüss.